Und ich gehöre immer noch nicht zu diesem Mob. Ich habe nämlich einen Haufen Steuern bezahlt. Ey! Ey, was machst du denn da drin? Du Deutsche, du Spanier, du Grieche. Was ist dein Problem? Dass Pferde sich in letzter Zeit rar macht, liegt daran, dass seine Eltern kein Geld mehr haben. Es ist dunkel als deine Fresse ins Klo. Gib doch kein Lebewesen einfach so weg. Ach, komm vor. Der Hund bleibt bei dir. Einser Remus.